Moin sind und herzlich willkommen zurück zu einem sehr besonderen Video, nämlich Unholy Rush hat die 99.999 Kills und hat mich nach vielen Bitteln und Betteln dazu auserkoren sein 100.000ster Kills zu sein. Ja, eigentlich war das ein bisschen anders. Ich wollte eigentlich meinem guten Freund, er macht fun, hier groß an dich, dass der mein 100.000ster Kill ist, aber der ist ja nicht on diese Mistgeburt und weil ich keinen Bock hab die ganze Zeit Gp zuzuhören, wie er die ganze Zeit hier am Zocken ist. Ich hab jetzt schon so viele Pornos geguckt, ich kann mir keine mehr reinziehen. Ja, kennst du schon alle, ne? Ist scheiße. Äh, ich mir jetzt einfach so, ähm, solltest ich mal diese... Oder ich mach jetzt einfach nur so ganz normal so ein Video, so wo bist denn du? Ja komm, in die Mitte. Ne, ich renn von dir weg. So, wo bist du? Warte mal ganz kurz. Okay. Oh, du bist ja hinter mir hier. Was? Hast du gerade da, oder was? Ja, du bist unter mir. Ich bin unter dir und brauche Klopapier. 100.000... Alter, hör auf. 100.000 Kills. Er genießt es, ihr müsst ihr wissen. Er macht das ganz... Schönes Gefühl. Und da ist Premium weg und jetzt kommt... Nur wenn ich... Ich bin unter 100.000... Nein, 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 okay. Geträumt. So, Leute, also das waren Holys 100.000-Star-Kill. Ich verabschiede mich schon mal von euch, bevor ich ihn jetzt nochmal ganz kurz mit der Nate wegnobe. Komm! Boah, ja, Mann! So, Leute. So, Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine Special-Video gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare HGV an Holy, du Wichser, damit das auch ein bisschen lustig wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.